Hallo und herzlich willkommen zu Lektion 4 des Kurses Die Welt des Tees, Basiskurs Teewissen Wie wir in Lektion 3 gesehen haben, hat die Teepflanze sich von Yunnan aus zunächst über weitere Länder Südostasiens und des asiatischen Raums und dann über Länder in der ganzen Welt verbreitet In dieser Lektion Teesorten, Varietäten und Kultivare, die tausend Gesichter der Camellia sinensis werden wir nun einen Blick darauf werfen, wie sich im Zuge dieser Verbreitung die heute bekannte Vielfalt an individuellen Unterarten der Camellia sinensis sogenannte Varietäten oder Kultivare herausgebildet hat Die Vielfalt an Teesorten, aus denen wir heute wählen können haben wir nämlich nur zum Teil unterschiedlichen Anbau- und Verarbeitungsprozessen zu verdanken Von ebenso großer Bedeutung für das umfangreiche Angebot verschiedener Teesorten auf dem Markt ist die Diversität heute existierender Teewarietäten und Teekultivare Im zweiten Teil dieser Lektion stellen wir deshalb eine Auswahl der bekanntesten Teesorten vor und bringen diese mit ihrer jeweiligen Teepflanzenvarietät bzw. ihrem Kultivar in Verbindung Zunächst aber zur Klärung der Begriffe Varietät und Kultivar Der deutsche Duden definiert den Begriff Varietät im Bereich der Biologie als Abart oder Spielart und synonym mit den Begriffen Abart, Form, Spielart, Variante Den Begriff Kultivar kennt der deutsche Duden nicht Hier hilft die Wikipedia nicht nur weiter, sondern liefert auch den Schlüssel zur Unterscheidung der beiden Begriffe Zitat Ein Kultivar oder eine Kulturvarietät ist eine Kulturpflanzensorte, die sich von anderen, verwandten Sorten anhand morphologischer, physiologischer, zytologischer, chemischer oder anderer Merkmale unterscheidet Grundsätzlich geht es bei beiden Begriffen um die Unterscheidung von Unterarten einer Oberkategorie Ob ein bestimmtes Set von Eigenschaften oder Merkmalen einer Teepflanze diese bestimmte Unterart nun zu einer Varietät oder zu einem Kultivar macht darüber entscheidet jeweils der Urheber der Entstehung dieser spezifischen Unterart Ist der Urheber die Natur, also ein evolutionärer Prozess, dann spricht man von einer Varietät Ist es dagegen der Mensch, der durch geografische Ansiedlung oder Kreuzung zweier Arten Urheber einer spezifischen Unterart wurde, so spricht man von einem Kultivar Allerdings finden beide Begriffe sehr häufig auch synonym und ohne Berücksichtigung der oben getroffenen Unterscheidung Verwendung Wie also entstehen neue Tee-Varietäten? Ein Grund für die große Artenvielfalt der Camellia sinensis ist deren geradezu beispiellose Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit hinsichtlich der Gegebenheiten an neuen Orten der Ansiedlung So hat der Teebaum auf seinem evolutionären Weg innerhalb Chinas praktisch überall, wohin er gebracht wurde, ein neues Gesicht angenommen Klima, Boden, Lage, kurz die Gesamtheit der Umweltbedingungen an einem Ort, entscheiden jeweils darüber, welches Gesicht die Teepflanze uns dort zeigen wird Eine weitere Möglichkeit, eine bestehende Tee-Pflanzenart zu verändern, ist deren Zucht unter kontrollierten Bedingungen Das heißt, Faktoren wie Temperatur, Licht, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Nährstoffkonzentration und so weiter werden gezielt verändert, um Anpassungen der Pflanze zu bewirken Und ein dritter Weg der Entstehung, oder in diesem Fall besser Entwicklung neuer Kultivare, ist die Kreuzung bereits existierender Arten Ziel ist hierbei immer eine Neukombination bestimmter wünschenswerter Eigenschaften beider Varietäten in dem neu gewonnenen Kultivar Zur Veranschaulichung hier nun einige Fotos, die uns freundlicherweise von einer Teeanbau-Operation mit zugehöriger Pflanzenschule auf Hawaii zur Verfügung gestellt wurden Die Bilder zeigen junge Sprösslinge, die aus Samen des gleichen Kultivars, einer Assamica-Varietät, zum ersten Mal in Hawaii gezogen wurden Interessanterweise zeigen einzelne junge Pflanzen sichtbare individuelle Abweichungen Nach Aussage des Betreibers der Pflanzenschule wachsen diese Abweichungen sich in einigen Fällen später aus, in anderen nicht Etwa eine Pflanze von 10.000 begründet seiner Erfahrung nach eine neue, besser an die veränderten Umweltbedingungen angepasste Varietät Solche sogenannten pflanzenmorphologischen Wandlungen zeigen sich also einerseits in sichtbaren Veränderungen der Pflanze, zum Beispiel in Größe und Form, sind jedoch keineswegs hierauf beschränkt Vielmehr ist es die individuelle Zusammensetzung der Inhaltsstoffe jeder einzelnen Tee-Varietät, welche die aus ihr hergestellten Teesorten so einzigartig für uns macht Denn jede individuelle Komposition von Inhaltsstoffen bewirkt einen eigenen, unverwechselbaren Geschmack der resultierenden Tee-Sorte Man nehme also eine Tee-Pflanze, verpflanze sie an einen anderen Ort und erhalte über kurz oder lang eine neue Tee-Varietät Nun, ganz so einfach ist es dann doch nicht Denn zum einen wird nicht jeder Tee von jeder Tee-Pflanze und jedem Ort uns auch gut schmecken Und zum anderen liegen die klassischen Tee-Anbaugebiete der Erde nicht umsonst alle etwa im Bereich zwischen dem 20. und dem 40. Breitengrad Denn nur in diesem Bereich finden sich klimatische Bedingungen, wie sie für die Tee-Pflanze verträglich beziehungsweise ihrem Gedeihen förderlich sind Gewöhnlich, insbesondere aber in China, sind Tee-Pflanzen-Varietäten am Ort ihrer Herkunft mit einer bestimmten Verarbeitungstradition verbunden Diese wird häufig derjenigen Verarbeitungsform entsprechen, für die sich die Varietät oft basierend auf jahrhundertelanger Erfahrung als besonders geeignet erwiesen hat Es kommt aber immer wieder vor, dass die Eignung eines Kultivars auch für andere Verarbeitungsformen als die traditionelle entdeckt wird So wird beispielsweise Piluchun traditionell als grüner Tee verarbeitet, während die zugehörige Tee-Pflanzen-Varietät heute immer öfters auch zur Produktion von schwarzem Tee herangezogen wird